Löwen Classics 2013. Internationales Weltranglisten-Turnier, Springen und Ressort. FEI World Cup Finals im Voltigieren. Deutsche Meisterschaften der Landesverbände. In 2013 werden die bisher größten Löwen Classics erwartet. Größer, bunter, internationaler. Das Event startet schon am Mittwoch. Zum zwölften Mal erlebt die Stadt Braunschweig das größte internationale Highlight im Jahr. Fünf Tage Weltklasse-Reitsport werden den Zuschauern garantiert. Aber erstmalig wird unter dem internationalen Vier-Sterne-Status das Weltcup-Finale im Voltigieren ausgetragen und die deutschen Meisterschaften der Landesverbände integriert. Löwen Classics. Dieser Begriff steht seit über einem Jahrzehnt für hochkarätigen Reitsport in der Volkswagen-Halle in Braunschweig. Aber tatsächlich verbirgt sich dahinter viel mehr. Löwen Classics. Ein Begriff, der vielfältig und ganzjährig in Braunschweig lebt. Aber mittlerweile bundesweit agiert und auch landesweite Sportpolitik mitgestaltet. Neu auch im kommenden Jahr der Mittwoch. Als Start-up-Schnuppertag freier Eintritt für alle Interessierten. Vom 13. bis 17. März in der Volkswagen-Halle Braunschweig. Sichern Sie sich jetzt die Tickets für 2013. Ticket-Hotline 0531 16606. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.